Ein wunderschönes Grüß Gott aus den Bergen. Ich bin gerade in Leogang, Saalfelden, Hinterglemmen und mache gerade hier mein Läufchen. Wetter ist nicht ganz so toll, aber ich liebe es hier einfach. Ich liebe die Berge. Ich finde das so toll und ich liebe mein Leben. Nämlich, ich war diese Woche schon auf Mallorca, dann war ich in Heilbad Heiligenstadt und in Hamburg natürlich in meiner Heimat. Und jetzt bin ich hier in dieser wunderschönen Landschaft. Ich finde das so schön. Ich liebe diese Berge und diese Wolken hier. Es ist ein bisschen regnerisch, aber total toll. Und das mache ich alles frei und willig. Also freiwillig mache ich das. Ich habe mich entschlossen, mir entschlossen, mich entschlossen, dieses Wochenende in den Bergen wandern zu gehen. Also gehe ich in den Bergen wandern. Ist das nicht herrlich? Warte mal, ich muss mal so machen. Guckt euch das an. Hier fühle ich mich ja noch freier als frei. Großartig. Wo seid ihr dieses Wochenende? Was macht ihr dieses Wochenende freiwillig? Oder habt ihr Zwänge, von denen ihr denkt, dass die nicht weggehen, dass es gemacht werden muss? Schönen Tag euch. Bis denn. Tschüss.